Wir sind hier jetzt bei HAN Automobile, einem sehr großen Familienunternehmen. Wir bilden in der Werkstatt ca. 50 Kfz-Mechatroniker pro Jahr aus. Bei HAN Automobile werden insgesamt 6 Marken des Volkswagen-Konzerns repariert und verkauft. Es macht mir sehr viel Spaß am Fahrzeug zu arbeiten. Ich genieße die technischen Herausforderungen. Die Ausbildung macht mir sehr viel Spaß, weil sie einfach vielfältig ist, weil jeden Tag was Neues kommen kann, weil man sehr viel lernt und weil es ein gutes Miteinander ist. Ich denke, dass die Branche eine sehr zukunftssicherer ist. Den ersten Motor habe ich tatsächlich gleich bei meinem Probearbeitstag auseinandergenommen. Wir haben es auch alles wieder zusammenbekommen. Das Auto ist wieder gefahren. Eine Woche nach Ausbildungsbeginn findet der erste Azubi-Workshop statt. Da treffen sich alle Azubis eine Woche lang auf einen Workshop und lernen sich kennen. Die Voraussetzung als Kraftfahrzeugmechatroniker, um uns eine Lehre zu beginnen, ist ein Realschulausschuss. In der HAN Akademie haben wir auch die Möglichkeiten, uns weiterzubilden mit verschiedenen Schulungen, z.B. die Airbag-Schulung, Prüfungsvorbereitung oder Elektrokurse. Man wird unterstützt in allen Bereichen. Wenn du autoaffin bist, noch mehr Technik spüren möchtest, noch mehr Technik erleben möchtest, dann komm zu uns. Wir freuen uns auf dich.